jo leute und damit herzlichst willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal wir spielen heute eine kleine runde 8x1 auf ich glaube das ist siege ich bin mir nicht ganz sicher und ich habe heute ein wichtiges thema dabei was wahrscheinlich jeden von euch interessiert und zwar ich mache ja in der letzten zeit daily uploads haben wahrscheinlich viele von euch schon mitbekommen und ich will in diese daily uploads jetzt einfach mal ein bisschen struktur reinbringen das heißt ich werde immer jetzt jeden dienstag donnerstag und sonntags ein badwoss gameplay commentary oder sonstiges irgendwas was mit etwas zu tun hat immer hochladen bei du hast klubs was auch oder cw je nachdem am montag dienstag am montag und mittwoch sowie samstag wenn einfach videos kommen worauf ich lust habe was ich so nice finde und was mir gefällt wo ich meine sowas muss auf youtube kommen sowas gehört auf youtube und ja jeden freitag jeden freitag leute wird ein pvp zusammenschnitt kommen wo ich eine halbe stunde pvp spiele und euch die besten kombos aus dieser halben stunde raus schneide zusammen hatte bei einem schöner bei einer schönen hintergrundmusik mit einem schönen takt das heißt dienstags donnerstags und sonntags wird ein badwoss commentary gameplay clips was auch immer kommen irgendwas was mit bedwoss zu tun hat jeden freitag wird ein normales pvp gameplay kommen ein kleines edit wo ich euch wie gesagt die besten kombos aus einer halben stunde pvp zusammenschneide und jeden montag mittwoch und samstag werden videos kommen worauf ich einfach lust habe das geht von tube world bis zu timelapses oder einfach kleinen geschnittenen edits die jetzt nicht so krass sind wie sonst normale videos oder einfach mal nur so ein info video oder sonstiges ich hoffe euch gefällt dieser upload plan wenn wenn ihr wollt könnt ihr mir gerne mal verbesserungsvorschläge dazu in die kommentare schreiben und wir müssen jetzt mal gucken dass wir die runde hier noch reißen weil ich habe jetzt schon bis hier so früh am morgen weiß ich nie ob ich überhaupt so eine runde überhaupt hinbekomme weil ich bin gerade aufgestanden vor zehn minuten 15 minuten das schlimmer ist ich glaube entweder ist der schwarze korrekt oder ich werde getargetet aber ich glaube der schwarze geht nicht auf mich aber es gibt noch einer ich dachte nur wir zwei jahren will ich moment absolut oh mein gott was war das denn jetzt jetzt ohne witz what the fuck ich lauf einfach unter vor dem gegner juckt mich nicht das war ja der absolute moment leute ach will er jetzt online zu werden wieso wieso habe ich immer so ein anlag und die leute gegen die ich fall überleben so was springt darunter oder ich denke mal wir bekommen und ich die runde ist richtig nice glaube ich die runde ist wirklich schön runde habe ich noch mal versucht so einen kleinen hackbutsch rauszuhauen jetzt nicht so ganz funktioniert und kommen wir bekommen den gg damit auch an dich so springen wir mal runter damit ich jetzt direkt zum schwarzen gehen kann und es ist schon wieder geil ohne ich sag's euch leute aber wie gesagt ihr könnt mir gerne mal in kommentare schreiben ob ich ab und plan so gefällt ob ich noch was ändern soll oder nicht und wie gesagt falls ihr nur bei was sehen wollt dann schaltet nur zu den tagen ein wobei was kommt ich lösst euch das jetzt rechts oben nochmal auf wann was kommt und wie gesagt hat sie nur bei was sehen wollt schaltet dann ein wenn bei was kommt oder falls sie generell die videos gucken wird dann könnt ihr gerne jeden tag anschalten wenn die neue typen videos sehen wollt könnt ihr von mir aus auch nur dann rein klicken wenn ein typ wird im titel steht das ist ja generell eure entscheidung nur ich stört jetzt nicht mehr weil jetzt generell so das machen was ich so worauf ich bock habe und nicht nur noch bad wars so das ist halt nicht so meins ich will jetzt auch viel mehr mit kamera rundfahrten arbeiten das heißt mit replay mod weil ich auch ganz viele sachen privat baue also auch häuser et cetera auf einem server naja cool kopf.de ich werde euch mal kurz im ebten video verlinken da kann immer noch jeder von euch mitmachen da baue ich sehr sehr oft und bin auch sehr sehr oft online und hat der typ der hat aber wenig knockback und ja da haben wir die runde auch schon gewonnen ich hoffe euch gefällt der upload plan und das video ich würde sagen wir sehen uns beim nächsten mal wieder ja bis dann und ciao